Der Kite Hallo, sehr schön, Christoph. Für die Kite ist es natürlich brutal schwierig. Super, geil. Gnade ist nah, fahm es schleunigen. Gnade ist nah, fahm es schleunigen. Gnade ist, gnade ist. Gnade ist, noch was? Wiedersehen. Ich ruf, ich wisse dem rote Schirme. Und vielleicht wäre ich noch ein Blut bis irgendwo nachts für mich oder nicht gerufen, ja. Lukas, da könntest du ja mal einen Leerwürbel von der Hütte verwischen, dann bist du nicht gut. Lukas, das Profi-Schütte, das machst du ja sehr gut. Lukas, da könntest du ja mal einen Leerwürbel von der Hütte verwischen. Jetzt hast du gemerkt, Salome, nach der Kurve hättest du ja angestellt. Dann musst du ja etwas geben, dass du wenigstens anstellt. Wer hat es da angehecht hättest? Ja. 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 Gas geben. Genau, so fliegen wir aktiv mit dem Gas. Sehr gut. Ich bin in dem Boden gelandet. Habe ich verstanden? So ist der Luft. Sehr schwacher Bergwirt. Man sieht, man sich nur struggelt. Beseit. Gut. Ich versuche nicht mehr rauszukommen. Ja, ich versuche nicht mehr rauszukommen. Ja, sehr schön. Wenn das Wetter ist, müsstest du jetzt quasi nach rechts und nach links suchen. Ja. Ja, und ihr seid da gemeint. Ja, und ihr seid. Perfekt, verdammt geil! Duereck ful, verdammt geil! Komm mal! Allez Tom! Vielen Dank.